gut tag zusammen wir sind jetzt hier in der testkammer 19 zumindest laut meines speicherstandes bin mir doch nicht ganz sicher hier stampft etwas da bin ich mir sicher dass das nicht gut ist wenn wir da dazwischen gehen also deswegen gucken wir mal was wir hier so an portalen knipsen können hier oben da ist nicht gut und da oben auch nicht so schauen wir mal was gibt es hier sonst noch so ist natürlich da ist ein portal nicht da reingekommen ich wollte nur gucken ob ich da zerpetscht werde weil ich möchte nicht so gerne zerpetscht werden wir müssen da oben drauf auf das ding das machen wir indem wir uns dort ein portal schließen er hat nicht geklappt habe ich noch mal hoch ich wusste es jetzt kommen wir ja theoretisch dort eins schießen so ein bisschen in die wir waren das noch mal in dem spiel das ist ja auch immer anders genau jetzt sind wir hier durch und sind oben drauf so fahr nach vorne und dann wandern wir mal hier hin sehr gut alles klar das ziel ist raus hier dort ist jetzt ein blaues portal das orangene haben wir ja noch dort noch mal rüber da geht's weiter zack hopp hopp jawohl so geht's laddaten wunderbar das heißt wir sind auf jeden fall schon auf dem richtigen weg nicht wahr ich bin gar nicht da da kann ich hochklettern oder gut jetzt definitiv nicht mehr wo muss ich denn hin da oben will ich bestimmt hin in die decke kann ich ein portal schließen die können wir alle kaputt machen mit uns eh nix im nix dort oben will ich hin dann muss ich quasi mich da drüber schießen oder so mit hui und so aber ich kann auf dem boden kann ich keine portale machen oh der geht bis an die decke die anderen nicht na super das ist die falsche richtung wo wollen sie denn hin ich glaube nicht dass sie wissen wohin sie gehen müssen ähm hallo hallo die tür geht nicht auf ich bin immer noch in der steuerung von call of kathuna habe ich eben ein bisschen gespielt deswegen fällt mir das gerade ein bisschen schwer aber ja die frage ist wie kommen wir denn jetzt darüber das kann ja nur so ein so ein so ein sprung sein wie kann ich mich denn hier lassen oder von da einfach darüber wir nehmen ja keinen fall schaden das wissen wir ja einfach da drüber springen das schaffe ich nicht von hier auch nicht wir probieren was so dann ja dann was vielleicht so schlägt allein und dann daraus zu schießen und dann das sind wir ja nun nicht wie soll ich denn da hinkommen der geht bis an die decke und der geht bis an die decke interessant wie komme ich denn da rein kann ich dann da rein schießen da hinten auch nicht muss ich denn da rein da kann ich allein hüpfen weg so genau vielleicht ist es ja so einfach Hilfe der Kuchen ist eine Lüge ja das haben wir schon festgestellt schönen Dank hier komme ich hier hier komme ich hier da ist eine Tür da geht nichts wo kommen wir jetzt hin hier gibt es Dosen Dosen nehmen Bier und Freiheit für Palästina was gibt es hier nichts was ich benutzen könnte was nutzt mir das dann auch kein oder kann ich hier ein Loch nach unten machen sodass ich ne auch nicht ach ach na toll so einfach das ist ja schon fast beschissen aber wo bin ich jetzt ach hier hinten geht es auch lang oder äh verwirrt what is my way my way on the highway geht es hier einfach so lang ich gehe mal hier lang mal gucken zur Not komme ich ja einfach nur da ja ja ist ja ich bin nicht da du brauchst mich hier nicht versuchen zu veralbern Schätzchen da da sehr gut und dann quasi dort ne okay wir bleiben mal hier oben drauf das ist glaube ich ganz okay so ja sehr schön gut 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 wo geht es weiter der Weg ist nicht sehr offensichtlich doch ah da nach oben oder was da ja okay hop und nun geht es da durch die Tür alles klar nein jetzt nicht da hoch und zwar ach genau um da rüber zu kommen aber wie kriege ich hier genügend Schwung aufgebaut indem ich da runterfalle okay alles klar hab's verstanden hier ist ein orangenes das heißt ich muss in ein blaues fallen zack ach so ja ähm Moment nochmal orange blau blau schießt jawohl sehr gut jetzt wird es aber so ein bisschen knifflig weil wir ja auch nicht mehr in so normalen Rätseldäumen sind ich denke da sollte ich lieber so durchgehen du weißt doch gar nicht wo ich bin ach du Scheiße sie ist uns auf jeden Fall schon mal nicht böse da bin ich auch sehr dankbar für die liebe liebe Gledos äh ähm ja ja nein ist da oben irgendwo eine Wand wo ich hin kann vielleicht einfach nochmal ein Stück höher gehen und zwar gehen wir ja wo gehen wir denn hin dort 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 so jetzt sind wir hier oben schießen uns da ein Loch hopp 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 äh äh sehr gut sehr gut gut wir sind da raus alles klar wo geht es lang wo geht es lang ich weiß es nicht wir müssen hier raus die verrückte Alte will uns ans Leder so was ist hier das ist wieder so ein so ein Schacht wo die Würfelchens durchkommen ist das Freiheit Frischluft oder ist das ein Testraum da oben ich weiß es nicht ähm wir versuchen mal hier entlang zu gehen ne hopp da sind unsere Freunde die Würfel oh da ist Suppe da ist Suppe da sollte ich vorsichtig sein hopp hier gehen wir jetzt lang was ist das guten Tag hallo äh ok und lachen und lachen kommen sie noch einfach zurück ne du du wolltest mich verbrennen und das äh finde ich ehrlich gesagt nicht so richtig schön mh ist das richtig hopp ja bin die Suppe verdammt so ist es nicht richtig äh das kann ich euch aus äh Gründen sagen die so sind ok timen timen einmal total dort hopp nein ich möchte nicht hier soll ich runter sagt zumindest der Fall vielleicht ist das auch im Grunde nicht da runter zu gehen wir tun es trotzdem und laden Daten das scheint richtig zu sein wunderprächtig ha schön ok wo bin ich hallo besser ganz schön stark die lieben Chen so was haben wir da da haben wir einen Lüftungsschacht und hier haben wir solche Dinge äh äh ok 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 was eh das ist gut das war ja eine fiese Falle suche nicht noch jemand da nein hey oh no 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 kritischer Fehler böse Falle uh mit sowas habe ich jetzt nun gar nicht mehr gerechnet so blödes dummes Stück ich hasse dich äh Moment und jetzt hier oben ähm wie komme ich hier wieder raus ganz doofe Frage ah hier oder ich weiß es nicht vielleicht da oder da ja was ist denn nun wenn man mal hier äh so ein bisschen raus will oder so siehst du hier wie ich ich nicht so Moment hier nach oben vielleicht so da nach oben springen hop ist auch Schwachsinn wie komme ich denn hier wieder raus jetzt der Kran hier muss doch irgendeine Bedeutung haben aha der verschwindet ah alles klar sie sind kein guter Mensch das wissen sie oder gute Menschen landen nicht hier hören sie mich bist du kaputt bist du kaputt oje gut okay oh achso das ist der hm kann man das Radio einschalten will er nicht ja wo gehen wir denn jetzt hin ich klemme hier fest bei diesen Dingern da oben müssen wir hin ne da und da hop wo sind wir jetzt müssen wir da hoch ja ich gehe davon aus hop natürlich nicht dort sondern vielleicht mal auf die Hörde erst so und jetzt hopp sehr gut wunderbar alles klar Freunde geht bald weiter und zwar im nächsten Teil von Let's Play Portal macht's gut bis dahin tschüssi lo dann geht ab Vielen Dank.